Hallo und herzlich willkommen heute zu unserem Panel adaptive Lehr-Lern-Settings, KI-Methoden und Kompetenzen in der Bildung. Ich freue mich heute hier zu sein. Mein Name ist Julia Kleberger und ich werde das Panel heute moderieren und vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin Sozialunternehmerin, ich habe das Unternehmen Junge TüftlerInnen gegründet. Da befähigen wir Kinder, Jugendliche Dinge wie KI tatsächlich selbst zu trainieren und Roboter eben auch selbst anzuwenden. Und ich bin in diesem Rahmen unter anderem auch Mitglied beim KI-Campus in der Expertengruppe Schule. Der KI-Campus ist die Lernplattform der Bundesregierung, wo es darum geht, KI-Kompetenz in der Gesellschaft zu stärken. Und in der Expertengruppe Schule setzen wir uns explizit mit der Thematik auseinander. Wie funktioniert das eigentlich im formalen Bildungssystem? Und ich freue mich heute die Möglichkeit zu haben, dieses Panel zu moderieren und hier eben halt zu sitzen und mich darüber auszutauschen. Was bedeutet das eigentlich? Was liegen für Chancen und für Risiken in diesem ganzen Thema adaptive Lernsysteme? Und ob und wie können wir sich eigentlich auch einführen in die Schule? Und auch ihr, sie habt die Möglichkeit, euch mit an dem Panel zu beteiligen. Es gibt in der Programm-App die Möglichkeit, dass ihr eure Fragen direkt hier mit einbringen könnt und dann werden die mir hier angezeigt. Und so die Technik will, kann ich die dann auch mit direkt ins Gespräch integrieren. Jetzt möchte ich euch aber gerne auch vorstellen, wer heute bei mir sitzt und wer meine Gäste sind. Das ist zum einen Dr. Simone Gobin. Simone Gobin ist Senior Projektmanagerin im Programmbereich Wirtschaft der Joachim-Herz Stiftung und Ansprechpartnerin für das Forschungsprojekt Adaptive Learning in Economic Education. Hier erforscht du den Zusammenhang mit Wirtschaftsdidaktikerin des Instituts für ökonomische Bildung in Oldenburg, Computerlinguisten in der Uni Tübingen und KI-Spezialisten an der Uni Lüneburg. Und ihr forscht gemeinsam über die Potenziale und Grenzen eines adaptiven, KI-basierten Lernplattformen in der ökonomischen Bildung. Genau, außerdem meldschst du die operativen und fördernden Projekte in der Joachim-Herz Stiftung und vorher warst du am Leibniz-Institut. Schön, dass du da bist. Danke. Außerdem bei mir ist Ralf Müller-Eiselt. Ralf Müller leitet das Programm Digitalisierung und Gemeinwohl in der Bertelsmann Stiftung und dort beschäftigst du dich mit den gesellschaftlichen Chancen und Risiken von Algorithmen und künstlicher Intelligenz. Und dir ist es vor allem ein Anliegen, dass unser Blick nicht nur auf das technisch Machbare gerichtet wird, sondern auch auf das gesellschaftlich Sinnhafte. Außerdem bist du Autor der Bücher Digitale Bildungsrevolution sowie Wir und die intelligenten Maschinen. Und bevor du bei der Bertelsmann Stiftung, bevor du zur Bertelsmann Stiftung gekommen bist, warst du unter anderem auch für das Präsidium der Leuphana Universität und tätig und am niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Schön, dass du da bist. Genau und bei mir ist Professor Dr. Sebastian Becker-Genschow. Sebastian Becker-Genschow ist Professor für Physik, Didaktik und Digitale Bildung an der Universität Köln und er kommt aus der Praxis. Er war selbst Lehrer für Physik und Mathematik, bevor er an der TU Kaiserslautern in der Didaktik der Physik promoviert hat und dort auch als Postdoc tätig war. Und derzeit hat er die Juniorprofessur für Digitale Bildung an der Uni Köln inne und dort untersuchst du insbesondere die Lernwirksamkeit von digital gestützten Lehr-Lernprozessen in der Naturwissenschaft sowie mittels Eye-Tracking. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Genau und bei uns ist Nina Briskorn. Nina ist Geschäftsführerin der neu gegründeten Techucation at School GGBH in Hamburg. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, die ist auch relativ neu. Gibt es erst seit 2021. Aber du bist schon sehr lange auch generell im Geschäft. Du bist schon seit über 16 Jahren für die Otto Group als Juristin tätig und hier berätst du die Unternehmensgruppe in vielfältigen Merchant Acquisition Projekten. Also du hast vor allem auch einen Einblick aus der Wirtschaft, die du mitbringst. Und die Techucation School ist eine Ausgründung der Otto Group. Und hier produziert ihr zusammen mit dem Landesinstitut für Lehrerbildung in Hamburg kostenlose Lernvideos zu Technologiethemen für Lehrkräfte in ganz Deutschland. Schön, dass du da bist. So, damit geht es auch schon los. Und das Erste, was man sich natürlich eventuell auch fragt bei einem Panel zum Thema adaptive Lehr-Lern-Settings. Was ist das eigentlich konkret? Was können wir uns überhaupt unter einem adaptiven Lehr-Lern-Setting vorstellen? Simone, diese Frage würde ich gerne mal direkt an dich geben. Sehr gerne. Ja, ich würde da gerne einmal die komplette Version einmal eröffnen. Und zwar haben wir ja das Problem, dass wir eine sehr heterogene Schülerschaft haben. Das heißt, die unterscheiden sich in vielen unterschiedlichen Dingen. Die kognitive Leistungsfähigkeit natürlich, aber auch die Sprachfähigkeit, die Motivation, den Hintergrund des Elternhauses. Wir haben immer noch ein starkes Problem von nicht vorhandener Bildungsgerechtigkeit. Und das ist eigentlich so die Problematik, die adaptive Systeme versuchen zu adressieren. Und zwar mit dem Ziel, dass jede Schülerin und jeder Schüler auf dem individuellen lernförderlichen Niveau lernt. Also die Idee ist, ich bekomme genau diese Aufgaben zugewiesen, die für mich den größten Lernzuwachs haben. Und das findet zum Teil schon statt, meistens auch eher im Bereich des Übens, Einübens von Dingen. Und was man halt sehen kann, ist, dass es zum einen einen sehr großen Lernzuwachs dadurch gibt, zum anderen aber auch die Motivation der Schülerinnen dadurch groß wird, da sie tatsächlich keine redundanten Inhalte noch mal lernen, sondern neue Sachen einüben, neue Dinge erfahren. Und zwar optimalerweise so, dass sie gefördert werden dabei. Das heißt, ihr testet das schon konkret mit Schülerinnen und Schülern. Wie sieht so ein Setup aus? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich dann in den Klassenraum komme? Also wir testen es noch nicht konkret. Das Forschungsprojekt ist noch relativ in den Kinderschuhen. Das läuft ja seit einem guten Jahr. Wir sind also noch in der Entwicklung, weil man sagen muss, man hat natürlich bei solchen Systemen, die man digital anbieten möchte, jede Menge Herausforderungen. Und eine der allergrößten ist natürlich, dass erstmal das entsprechende Material da sein muss. Das heißt, ich muss mir von der Inhaltsseite, also in meinem Fall der Wirtschaftsdidaktik, überlegen, was genau möchte ich denn vermitteln und wie kann ich denn eigentlich diese Aufgaben gestalten, dass sie tatsächlich auch adaptiv sind. Also im Moment stehen wir noch so ein bisschen vor der Fragestellung, wo genau sind eigentlich die Stellschrauben für unterschiedliche Schwierigkeiten. Dazu gibt es natürlich Forschung, aber es gibt auch viele weiterhin offene Fragen. Und wir haben in unserem Team, also wir sind ein sehr interdisziplinär aufgestelltes Team und als zweite große Forschungsrichtung die Computerlinguistik dabei. Das heißt, wir sind in der Wirtschaft, in der Sozialwissenschaft, wenig nomologisches Wissen, das ist tatsächlich auch so was Besonderes an diesem Projekt, haben wir viel Interaktion mit Sprache. Und jetzt haben wir die Aufgaben, die einen bestimmten inhaltlichen Schwerpunkt setzen und da auch eine bestimmte Schwierigkeit haben. Aber wie ist da zum Beispiel Interaktion mit Sprache? Also in der Wirtschaft eben wenig formale Sachen, die gibt es auch und das ist auch das Spannende tatsächlich an der Wirtschaftsdidaktik. Aber eine große offene Frage für uns ist, wie bestimmt sich die Schwierigkeit in Interaktion tatsächlich mit der verwendeten Sprache? Und das ist auch so was, was wir zurückgemeldet bekommen von vielen Lehrkräften, dass Sprache und die Ausgestaltung der Texte ein großes Thema in der Schule von den Schülerinnen und Schüler sind. Also dass da tatsächlich sehr große Heterogenität vorliegt. Und das ist auch ein Potenzial, wo man ansetzen könnte. Das heißt, das ist im Moment so das Feld, in dem wir sind. Gleichzeitig wird die Lernplattform entwickelt und der entsprechende Algorithmus gerade geschrieben. Also das sind eben die Experten des maschinellen Lernens, die mit drin sind. Und zwar ist die Idee in dem Projekt auch eher, dass wir nicht eine eindimensionale Schwierigkeit haben, sondern uns tatsächlich unterschiedliche Schwierigkeitsparameter ihr Aufgabe angucken und optimalerweise dann auch auf den individuellen Schüler oder die Schülerinnen anpassen, wo genau die Schwierigkeiten liegen. Also nur, dass ich es nochmal kurz verstehe. Das heißt, wenn du von der Spracheanpassung der Sprache sprichst, kann ich mir das vorstellen wie die Webseiten des Bundes, dass ich unterschiedliche Anzeigen habe der Sprache, wie die Aufgaben formuliert sind und die Inhalte, die Textinhalte. Genau. So was gibt es zum einen. Also tatsächlich diese sprachlichen Stolpersteine nennen wir das immer, die variiert werden. Dann ist auch immer so ein bisschen die Frage, wo finde ich eigentlich, finde ich die Antwort im Text? Also ist die Werbertinem enthalten, ja oder nein? Wo ist sie enthalten? Dann ist die Frage nach dem Schwierigkeitsniveau und der Länge des Textes an sich. Da gibt es auch sehr spannende Forschung dazu, die zeigt, dass viele Lehrbücher, die heute in der Schule eingesetzt werden, tatsächlich sehr weit von der Schüler- und Schülerinnensprache entfernt sind. Und genau, da ist unter anderem ein Ansatzpunkt. Genau. Das klingt wirklich nach einem großen Forschungsfeld. Viel Möglichkeiten für WissenschaftlerInnen sich auszutoben, zu forschen. Aber ich gucke mal in die Richtung von Ralf und der Frage, brauchen wir das als Gesellschaft überhaupt? Also ich bin sehr davon überzeugt, dass wir diese Potenziale zumindest in Betracht ziehen und da, wo es eben Sinn macht, sie auch nutzen können. Das ist aber eben ganz wichtig, dass dieses adaptive Lernen jetzt nicht ein Selbstzweck ist und alle fast schon ein bisschen problematisch, dass wir hier über KI reden. Weil darum geht es nicht, sondern es geht darum, die pädagogischen Herausforderungen in der Schule zu adressieren. Es geht darum, mit praktischen Herausforderungen die Lehrkräfte haben, umzugehen. Also wir sollten nicht so sehr eben nur über Technologie sprechen und was die vielleicht zauberhaft das alles lösen kann, sondern wirklich schauen, wo sind die Probleme. Die sind bei der individuellen Förderung. Die sind da, wo es um Integrationsfragen geht. Die sind auch mit der Überforderung von Lehrkräften mit administrativen Aufgaben, also auch weit jenseits jetzt nur der individuellen Förderung im Sinne des adaptiven Lernens, sondern Unterrichtsorganisationen, Raum, Zeitplanung. Überall da können Software-Systeme Lehrkräfte unterstützen, damit sie mehr Zeit fürs Wesentliche haben. Und damit am Ende wirklich ein pädagogisches Problem gelöst wird. Also darauf sollten wir uns fokussieren. Und ich glaube auch nur dann, wenn genau solche Cases in die Diskussion kommen, wo wirklich die Technik geholfen hat, in der Schule eine Herausforderung zu lösen, dann kann sowas auch in die Fläche kommen. Jetzt hast du von individuellen Problemen oder Personen gesprochen, die wir dann eben halt fördern können. Kinder, das habe ich bei dir auch gerade rausgehört. Wenn ich jetzt so ein adaptives Lernsystem aufsetze, werde ich ja verschiedene Arten von Daten nutzen, einen Datensatz, auf dem sozusagen die KI lernt. Wie stelle ich denn sicher, dass einige Arten von Kindern sozusagen dann nicht durchs Raster fallen? Ich gebe die Frage gerne noch offen. Wer fühlt sich denn da angesprochen? Also ich glaube, was man schon immer mal sagen muss, ist, dass es eine gewisse Grenze gibt. Also es wird eine bestimmte Gruppe an Kindern angesprochen und die sollte auch möglichst breit sein, weil wir ja eben gerade von Individualität sprechen. Aber es ist natürlich schon so, dass Systeme auch Grenzen haben. Also das heißt, wenn ein Kind die Lerninhalte tatsächlich einfach nicht lernt mit der Unterstützung, dann muss es irgendwann die Interaktion mit der Lehrkraft geben. Und da muss tatsächlich die Lehrkraft ansetzen und schauen, wo ist denn jetzt genau das Problem? Warum wird das eigentlich nicht verstanden? Und das ist auch ganz klar, dass diese digitalen Systeme niemals ohne die Lehrkraft funktionieren werden. Das ist vielleicht auch nochmal ein beruhigendes Signal. Die Maschine ersetzt uns nicht. Wir werden trotzdem den Lehrer oder die Lehrerin brauchen. Was heißt das denn konkret für die Didaktik, für die Ausbildung für den Lehrenden? Also ich wollte vielleicht erst mal noch darauf eingehen, weil ich das auch einen ganz wichtigen Punkt finde, was vielleicht auch Ängste der Lehrkräfte anspricht, dass wir sie mit digitalen Technologien ersetzen wollen. Aber das ist auf keinen Fall unsere Zielsetzung. Unsere Zielsetzung ist, viel mehr Lehrkräfte zielgenau zu unterstützen, damit sie mit den aktuellen Herausforderungen im Lehrberuf umgehen können. Ich meine, wir fordern immer, dass individuelles Lernen in der Klasse ermöglicht wird. Aber noch niemand konnte mir sagen, wie das eine Lehrkraft tun soll, alleine, wenn sie vor 25 bis 30 Kindern steht. Und da, genau da können Technologien eben unterstützen. Und deswegen brauchen wir Forschung dazu. Und deswegen müssen wir solche Systeme in der Praxis erproben. Und da kommt ja direkt der Aspekt, den du ja quasi indirekt mit erwähnt hast dazu, und der ja auch hier schon heute und gestern oft Thema war, ist ja die zusätzliche Verschärfung durch den Lehrkräftemangel. Also das heißt, wir kommen in eine Situation, wo es immer weniger Lehrer gibt, aber auch gerade sehr viele Schüler und Schülerinnen, die vielleicht auch dann mit speziellen Problemen nochmal dazukommen. Und da ist ja wirklich diese starke Frage, wie soll das geleistet werden? Und die ganz alte Forderung der Binnendifferenzierung ist genau der Kern dieser ganzen Problematik. Und an der Aktualität hat sich ja nichts geändert. Darf ich noch einen Satz dazu, gerade weil wir über dieses Thema Chancengerechtigkeit sprechen. Und mir ist einfach so besonders wichtig, dass es nicht so im Raum stehen bleibt. Es gibt dazu auch Empirie, es gibt Befunde, dass gerade in Schulen, in dem Fall jetzt aus den USA, die solche Systeme nutzen, 50 Prozent mehr Lernzuwachs erreicht werden können in einem Schuljahr, wenn man sie gut integriert in die Schule reinbringt. Also es ist jetzt schon so, dass es auch gerade für solche Schülerinnen und Schülern oder auch Klassen, Brennpunktschulen, die du jetzt angesprochen hast, gerade da besonders große Potenziale liegen. Die Herausforderung, die will ich aber nicht verhehlen, ist, dass wenn wir jetzt hier, es ist toll, dass wir jetzt auch über solche Pilotprojekte in Deutschland sprechen, aber da sind eben diejenigen, die die Hand heben, häufiger eben nicht solche Schulen, wo diese Potenziale besonders gehoben werden könnten, sondern es sind eben da, wo man sich besonders drum kümmert. Und wir haben gestern auch von tollen Gymnasien hier gehört, in Berlin, wo man noch bessere Bildung dann ermöglicht. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Wir müssen das so in die Fläche bringen, dass es wirklich auch da nützt, wo die Potenziale doch am größten sind, damit eben die Schere nicht weiter auseinander geht, sondern sie sich möglichst schließt. Da gehen wir gleich noch mal darauf ein, aber ich will trotzdem noch mal auf meine Frage zurückkommen. Wenn wir eben halt sagen, wir können nicht sicherstellen, dass Kinder eventuell durchs Raster fallen. Wir brauchen sozusagen immer noch den Mensch und seine Kompetenzen, dass er das sozusagen auch noch mal mit seinem gesunden Blick da drauf schaut. Was heißt es denn dann für die Lehrenden in der Ausbildung? Ja, aus meiner Sicht bedeutet das, dass diese Kompetenzen auch möglichst früh im Lehramtsstudium vermittelt werden müssen. Das passiert an den deutschen Universitäten aus meiner Sicht noch nicht oder noch nicht in genügenden Maße. Wir sind jetzt an der Universität zu Köln in einer ersten kleinen Testphase und versuchen genau diese Kompetenzen bei den Lehramtsstudierenden auch zu entwickeln. Welche Kompetenzen sind das denn? Ja, ich möchte das aufgreifen, was du gesagt hast. Solche Systeme müssen gut eingebunden werden, didaktisch klug eingesetzt werden. Und wie man das tut, das müssen wir den Studierenden vermitteln, damit sie später im Referendariat oder in ihrem Berufsleben auch können. Dazu sind wir verantwortlich. Wir können das nicht von den Lehrkräften erwarten. Vielleicht noch ein Punkt dazu. Wir sind auch gut da drin, immer mehr in die Lehrkräftausbildung hineinzupacken. Wir haben immer mehr Herausforderungen, denen sich Lehrkräfte stellen müssen. Heterogenität, sprachsensiver Unterricht, Inklusion, Digitalisierung. Man hat manchmal den Eindruck, dass das ein normaler Mensch gar nicht mehr schaffen kann. Das heißt, hier müssen sich die lehrerbildenden Institutionen und die Entscheidungsträger aus meiner Sicht Kompetenzen priorisieren. Kompetenzen, die zukunftsgewandt sind und entsprechend die Lehrkräftebildung, ich will nicht sagen reformieren, aber vielleicht neu strukturieren, damit diese zukunftsgewandten Kompetenzen auch im Lehramtsstudium, in der Lehramtsausbildung geschult werden. Jetzt bilden wir die Lehrenden aus und wenn alles gut geht, dann sind sie 30 bis 40 Jahre im Beruf. Aber was passiert denn mit denen, die schon im Beruf sind, Nina? Ich würde dich gerne auch ein bisschen mit ins Gespräch holen. Erzähl uns mal, wo stehen wir denn gerade? Ja, also ich glaube, genau da setzen wir an mit der Idee, es wird die Erwartung an alle Lehrkräfte gestellt. So, jetzt müsst ihr euch aber auch auskennen und jetzt müsst ihr euch damit beschäftigen, mit den digitalen Themen und ihr müsst auch irgendwie Formate schaffen. Aber woher sollen die das können und woher sollen sie die Zeit nehmen? Das war die Frage, mit der wir uns auseinandergesetzt haben und warum wir auch zusammen mit dem Landesinstitut in Hamburg für Lehrkräftebildung eben entschieden haben, wir wollen zusammen ansetzen und eben Videoformate tatsächlich als das Format nutzen für die Lehrkräftefortbildung, weil wir festgestellt haben, es muss qualitativ hochwertig sein, es muss schnell gehen, es muss eine Art Mikrofortbildung sein, es sollte kostenlos sein, ich muss ein hohes Vertrauen haben, dass das, was ich mir da anschaue zu einem bestimmten Thema auch das ist, was ich wirklich brauche und was auch richtig und wahr ist, also dass ich nicht noch irgendeine Quellenüberprüfung machen muss. Und das ist auch der Grund, warum wir überhaupt mit dem Landesinstitut so eng zusammenarbeiten, weil das nämlich eine Qualitätskontrolle sicherstellt. Nehmen wir mal als Beispiel, wir versuchen eben zu den digitalen Themen unserer Zeit, verschiedene kurze 15-minütige Videos zu erstellen. Das startet mit ganz einfachen Sachen wie, wie funktioniert WLAN oder was ist eine Cloud und geht dann auch in schwerere Themen rein, wie was ist KI zum Beispiel, damit ich mir einfach erstmal eine Grundlagenbildung verschaffen kann. Und was uns aber ganz wichtig war, war nicht nur auch der Blick in unsere Gesellschaft und auch in die Wirtschaft zu sagen, wo wird denn so etwas vielleicht eingesetzt, an welchen Stellen in unserer Lebensrealität ist das relevant, sondern auch die Brücke zu schlagen zu. Im Video wird auch erklärt und zwar von einer Lehrkraft, glaubwürdig hoffentlich. Warum ist das für Schule relevant? Warum ist das für mich als Lehrkraft relevant? Was hat das für einen Bezug zu meinem Unterricht und wie kann ich vielleicht auch ein bestimmtes Thema im Unterricht einsetzen? Jetzt seid ihr mit eurer Plattform gestartet. Kannst du sagen, wie viele Videos habt ihr jetzt schon drauf? Um die 50 Videos befindet sich da. Um die 50 Videos sind jetzt drauf. Ihr seid gerade gestartet, das wird wachsen, das wird mehr werden. Wir haben gerade gehört, es wird immer mehr, was Lehrende leisten müssen. Woher weiß ich denn als Lehrkraft, was brauche ich denn jetzt? Welche Kompetenz wird denn damit abgebildet? Also haben wir irgendeine Art, also wir haben gestern von dem Thema OECD gehört, von dem Kompetenzraster. Gibt es da für die Lehrenden eine Möglichkeit der Orientierung? Welches Video schaue ich mir an? Darf ich dazu was sagen? Gerne. Ja, also ich finde gerade bei der Thematik Kompetenzentwicklung müssen wir kumulativ denken und Phasen übergreifen. Das heißt, das muss in der Universität beginnen, muss angeschlossen werden ans Referendariat, muss dann übergehen in die Berufsweiterbildung und Fortbildung. Und dazu ist es nötig, dass die einzelnen Phasen miteinander vernetzt sind. Sonst macht jede Phase ihr eigenes Ding und man kriegt diese kumulative Kompetenzentwicklung einfach nicht hin. Und dieses Phasenübergreifende, dazu bedarf es eines Rahmens, eines Rahmens für digitalisierungsbezogene Kompetenzen von Lehrkräften, den wir nicht haben. Zumindest nicht fachspezifisch. Und wenn ich daran erinnern möchte, 2016 hat die KMK schon die digitalisierungsbezogenen Kompetenzen für Schülerinnen und Schüler formuliert. Und entsprechend müssen auch Lehrkräfte darin geschult werden. Es fehlt aber bis heute so ein strukturgebender Rahmen, welche digitalisierungsbezogenen Kompetenzen Lehrkräfte haben müssen. Da gibt es erste Ansätze, aber für die einzelnen Fächer ausdifferenziert gibt es das noch nicht. Und das ist ein großes Entwicklungsfeld. Da seid ihr dran, oder Ralf? Da sind viele dran, aber da sind auch viele schon eine ganze Weile dran. Um mal die Dramatik der Situation darzustellen, es gibt diesen Monitor Lehrerbildung, den einige Stiftungen zusammen erstellen. Da gab es, glaube ich, letztes Jahr mal wieder so eine Erhebung, was denn eigentlich im Lehramtsstudium dann da vorkommt. Und wir reden jetzt noch nicht über KI-Kompetenz, wir reden über digitalisierungsbezogene Kompetenzen. Und wir stellen eben fest, dass wir uns hier im Wahlpflichtbereich bewegen. Also das sind keine flächendeckend erforderlichen Kompetenzen. Und ich spitze es etwas zu. Also ich kann in Deutschland Lehrkraft werden und mein Referendariat durchlaufen und habe im Zweifel mit digitalen Medien keinen Kontakt gehabt. Wenn es dumm gelaufen ist oder wenn ich mich auch, ich will kein Bashing betreiben, aber was möglich ist, wenn ich mich geschickt durchs Lehramtsstudium bewege, geht es auch noch auf analogen Pfaden. Und das ist der Zustand, in dem wir uns heute befinden. Und der ist eben unbefriedigend. Höre ich da eine Forderung an die Politik heraus? Ich kann die auch mit fünf Ausrufezeichen unterschreiben. Das ist ein absolutes Handlungsfeld und es ist auch ein sehr komplexes Handlungsfeld, weil eben da auch wieder, also wir haben gestern von Jakob Schamon gehört, da wird es politisch. Und da sind Wissenschaftsministerien beteiligt, da sind Kultusministerien beteiligt, da sind Hochschulen, also pädagogische Hochschulen, da sind Universitäten beteiligt. Und das alles so auszurichten, dass eben man von einer Wahlpflicht zur Selbstverständlichkeit kommt, ist ein dringendes Handlungsfeld. Können wir den Begriff KI-Kompetenz vielleicht noch mal ein bisschen griffiger bekommen? Was konkret verbirgt sich hinter KI-Kompetenz? Wenn wir sagen, soll es alle ausgebildet werden? Darf ich vielleicht kurz noch was anmerken und dann später zurückkommen? Ich bin sehr beschäftigt und ich komme ja aus der Praxis und es ist so, dass man aus meiner Sicht da in der Bildungspolitik so ein Muster erkennt. Man geht hin und fordert etwas und schreibt das rein, sagt jetzt die Lehrkräfte müssen jetzt dies und das können. Wie das dann umgesetzt wird, wer dann entsprechend die Ausbildung übernimmt, daran kümmert sich keiner mehr. Das wird dann irgendwie nach unten delegiert, weil da führt sich dann auch keiner mehr zuständig. Deswegen ist meine Bitte an die Bildungspolitik zwar zu fordern, aber auch gleichzeitig zumindest Perspektiven aufzuzeigen, wie das auch schnellstmöglich umgesetzt werden kann. Das ist mir noch ein ganz wichtiger Punkt, auch für die Lehrkräfte, die jetzt hier vor Ort sind oder zuschauen. Ich würde das aber, wenn ich da noch mal einhaken darf, auch gerne noch mal andersrum denken, weil immer nur darauf zu warten, dass jemand was macht und dann irgendwie einen Rahmen schafft, an dem man sich dann orientiert. Das dauert ja unfassbar lange. Und ich würde gerne auch irgendwie das mal andersrum denken, indem ich sage, naja, dann lasst uns doch einfach mal auf die Bedarfe schauen von einzelnen Lehrkräften. Sie können uns doch selber sagen, was sie brauchen und wo sie Bedarf haben. Und dann können wir auch dafür etwas tun. In unserem Fall beispielsweise andere Themen aufgreifen, für etwa Video-Learnings. Und um da noch mal auf die KI, die Brücke auch zu bauen, zu sagen, naja, im Moment stellen wir da einfach nur Videos auf das Lernmanagement-System der Stadt Hamburg, auf die übrigens auch jeder mit Gastzugang Zugriff hat. Und da sind auch noch weitere Informationen mit angebunden. Aber dann ist das da und dann verschwindet das da irgendwie. Und ich finde das so schade, weil es gibt so viele tolle Sachen, die findet man nur nicht. Und dann versauern diese Dinge dort, die Möglichkeiten, die ich habe. Und ich weiß davon als Lehrkraft überhaupt nichts. Und ich kann auch vielleicht weiß gar nicht an, wen ich adressieren soll, welchen Bedarf ich überhaupt habe, damit da etwas entwickelt wird. Und wenn ich jetzt da auch adaptive Lernsysteme hätte beispielsweise oder auch intelligente Suchsysteme zum Beispiel, da fängt es ja schon an. Wir fangen alle an zu googeln, wenn wir irgendwas suchen. Aber wenn ich jetzt als Lehrkraft etwas suche, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann habe ich ja noch das Problem, dass ich auch etwas finden möchte, bei dem ich ein hohes Vertrauen darin habe, dass das etwas Vernünftiges ist, was ich auch in den Unterricht integrieren kann. Und was im besten Fall auch noch tatsächlich von meiner Schulbehörde oder insgesamt abgenickt ist sozusagen. Also was einfach nutzbar ist für den Unterricht. Habe ich auch nicht. Also das wäre eine super KI, eine richtige Suchfunktion, wenn man jetzt auch mal eine große Bildungsplattform denkt, wo man einfach alles Mögliche auch findet, was für mich eine Relevanz hat. Das heißt, da wäre KI für mich schon mal super. Ich würde ganz gerne tatsächlich noch mal so ein bisschen den Rückschluss auf so konkrete Lehr-Lern-Anwendungen machen. Also wenn wir jetzt tatsächlich von adaptiven Lehr-Lern-Settings sprechen und wenn die in der Schule angewendet werden müssen oder sollen, dürfen, dann ist glaube ich tatsächlich das Allerwichtigste, was wir vorhin auch schon mal hatten, die pädagogische Kompetenz, das auch tatsächlich einzubinden in den Unterricht. Also die Frage, wie konkret ist das denn jetzt verwoben mit meinem Unterricht? Das ist glaube ich die eine Kompetenz, die da sehr wichtig ist. Das andere ist, was man typischerweise bei solchen Systemen hat, ist in irgendeiner Form etwas für die Lehrkraft, wo sie eine Auswertung über die Schüler und Schülerinnen bekommen. Also das heißt ein Lehrkräftedashboard. Und da muss natürlich auch die entsprechende Data Literacy vorliegen. Also ich muss erst mal verstehen, was genau wird mir da ausgespuckt? Was kann ich damit machen? Wie kann ich das adressieren? Weil das ist natürlich der Sinn, dass die Lehrkraft mehr Informationen über ihre Schüler und Schülerinnen erhält und dann im Unterricht konkret nochmal diese Themen, die offen sind, adressieren kann. Und dann ist das andere, und da ist jetzt glaube ich der ganze Schluss zu der Sache, die dahinterliegende KI-Kompetenz, wo man sagen muss, okay, die Lehrkraft sollte vielleicht auch grundsätzlich verstehen, was ist das eigentlich? Wie funktioniert dieser Mechanismus, der hier angewendet wird? Wobei ich da auch ganz bei dir bin, nochmal zu sagen, dass KI an sich kein Selbstzweck ist, sondern sie sollte da eingesetzt werden, wo sie Lehren und Lernen erleichtert. Und das ist bei adaptiven Systemen, zumindest wenn wir von großen Datenmengen sprechen, ist das der Fall. Und das zahlt natürlich ganz stark auf die Motivation dann auch der Lehrkräfte ein und das Selbstverständnis, ob ich in der Lage bin, diese dann auch im Unterricht anzuwenden. Aber kriegt diese Ansicht nur die Lehrerin oder der Lehrer? Also wir reden ja ganz viel auch über Lernenden zentriert. Wir wollen die Lernenden eigentlich selbst in die Verantwortung ihres eigenen Lernprozesses bringen. Gibt es auch diese Möglichkeit, dass die Lernenden sehen, wo sie stehen? Selbstverständlich. Also ich muss sagen, wie gesagt, unser System ist nicht entwickelt, aber das ist immer was, was man mitdenkt. Natürlich muss der Lernende selber auch Feedback bekommen und sehen, wo bin ich, wo habe ich vielleicht noch ein paar Defizite, wo sollte ich nochmal ein bisschen nacharbeiten. Selbstverständlich. Das heißt, wir brauchen die Kompetenz, diese Daten auszuwerten, ja nicht nur auf Lehrerin-Seite, sondern genauso auf Lernenden-Seite. Gibt es da Ansätze? Gibt es Plattformen, Lernplattformen nicht nur für, also denkt ihr daran, das vielleicht auch für Lernende zu öffnen und nicht nur für LehrerInnen? Also jetzt mal grundsätzlich sind, glaube ich, unsere Videos so einfach gestrickt, dass sie zumindest ab einer bestimmten Altersklasse sich jeder anschauen kann. Und wir haben festgestellt, das wird auch schon gemacht und wird dann kommentiert. Unsere Lehrerin hat uns gesagt, wir sollen uns das anschauen. Das fand ich sehr schön. Also insofern natürlich. Aber wir würden auch schon davon träumen, dass es auch eine tatsächlich echte Plattform ist, auf der man sich bewegen kann. Und wo man selber, egal ob ich jetzt Lehrkraft bin, wenn wir das jetzt mal größer denken, den Nutzerkreis größer denken, dann kann ich natürlich auch SchülerInnen sein. Oder wir haben auch schon Elternabendvideos gestaltet. Aber da wäre es natürlich sehr schön, wenn ich als Nutzer auch die Möglichkeit habe, mich auf einer Plattform zu bewegen und vielleicht auch irgendwie Indikationen zu bekommen, so welche Inhalte sind für mich eigentlich relevant, dass die quasi besser ausgesteuert werden, dass ich schon weiß, welche Inhalte habe ich eigentlich schon durchlaufen? Wo bin ich eigentlich auf meiner Lernreise? Alle diese Dinge. Aber das ist im Moment noch eine Zukunftsvision. Vielleicht noch ergänzend dazu. Wenn wir es KI-Kompetenz nennen wollen, bedeutet für mich nicht nur, über das System, maschinelles Lernen, auf die einzelnen Tools Bescheid zu wissen, sondern auch, wie KI heutzutage in den Fachwissenschaften eingesetzt wird. Also ich bin für die Naturwissenschaften zuständig, Biologie, Chemie und Physik. Auch dort wird der KI heutzutage in der Forschung, in der Entwicklung eingesetzt. Und über diesen Ansatz kann man dann wieder KI in den eigenen Fachunterricht integrieren und damit auch wieder die SchülerInnen mit KI in Verbindung bringen, für KI vielleicht sogar begeistert, aber auch entsprechende Kompetenzen bei den SchülerInnen fördern. Da würde ich gerne nochmal ansetzen, gerade so dieses ganze Thema, wenn ich mir jetzt adaptives Lernen im Physikunterricht anschauen würde und mir überlege, Physikunterricht hat für mich ganz viel mit Experimenten im Raum zu tun. Wie funktioniert das denn über ein adaptives, computergesteuertes System? Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. Also wenn ich dann berichte, dass wir eine digitale Lernumgebung, die auch adaptiv ist, entwickeln, dann ist es so, die Vorstellung gleich, die Schülerinnen und Schüler sitzen dann alleine vor dem Rechner in einem dunklen Raum und arbeiten alleine vor sich hin. Aber das ist natürlich nicht meine und nicht unsere Vorstellung einer Didaktik, einer Pädagogik, sondern es ist so, dass wir innerhalb dieser digitalen Lernumgebung auch Gruppenarbeiten, auch Experimente, auch Präsentationen mit einbinden. Diese digitale Lernumgebung gibt nur den Rahmen, vermittelt adaptiv Informationen, dann arbeiten die Schülerinnen und Schüler aber trotzdem kooperativ und kollaborativ zusammen und experimentieren auch. Und dann führt das die digitale Lernumgebung wieder zusammen, indem die Ergebnisse präsentiert werden, hochgeladen werden. Also auch eine Einbindung von kooperativen und kollaborativen Lernformen. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Ich habe gesehen, ihr habt auch geforscht an diesem ganzen Thema Area 9 oder ihr setzt es ein, ein adaptives Lernsystem. Vielleicht kannst du gleich nochmal einen Satz dazu sagen und auf der Website dazu steht. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Lernenden selbstständig reflektierende Lernende werden. Wie funktioniert das? Okay, das steht natürlich auf deren Homepage. Das ist klar. Die müssen natürlich auch ihr System vermarkten. Es ist so, dass wir eine Kooperation mit der Firma Area 9 haben. Und mein Forschungsansatz ist nicht der, eine neue Lernumgebung und ein System erst mal zu entwickeln. Das dauert Jahre und verschlingt Ressourcen, sondern bestehende Systeme zu nutzen, die kommerziell erhältlich sind. Deren System funktioniert oder wurde über Jahrzehnte schon entwickelt und ist mittlerweile aus meiner Sicht auch sehr gut trainiert. Was die allerdings nicht haben, sie nennen es didaktischen Content. Also didaktische Themen müssen entsprechend aufbereitet werden. Und das können wir aus der Fachdidaktik eben leisten. Und wenn man dann zusammenarbeitet, dann kann man eine digitale, adaptive Lernumgebung zu bestimmten Themen eben kreieren. Und bei meinem Projekt, das ist jetzt Bionik, da werden physikalische und biologische Themen miteinander verknüpft. Das ist genauer gesagt die Wärmedämmung des Eisbären. Das ist, ich denke, auch sehr motivierend für die Schülerinnen und Schüler. Das Ganze wird aber adaptiv gestaltet. Und das geht aus meiner Sicht, wenn man das schnell auch in die Schulen bringen möchte, nur mit bestehenden Systemen. Denn wenn man das selbst entwickelt, besteht aus meiner Sicht die Gefahr, das dauert Jahre, bis das entwickelt wird. Und oftmals verbleiben solche Systeme dann an den Universitäten, werden nicht weiter gepflegt und werden vielleicht in Doktorarbeiten verwertet. Aber schaffen es nie wirklich in die Breite, in die Schule. Und das mit einem kommerziellen System, das schon sehr gut elaboriert und erprobt wurde, aus meiner Sicht eben anders. Da würde ich gerne nochmal auf den Punkt jetzt eingehen, Ralf, den du vorhin genannt hattest. Wir haben jetzt gerade gehört, das wird an den Unis erprobt. Die Unis haben teilweise angeschlossene Schulen, mit denen sie zusammenarbeiten. Das findet dann eventuell noch in Gymnasien Einzug. Aber wie schaffen wir es denn tatsächlich, wirklich auch in die Breite zu kommen, in die Gesellschaft und auch an verschiedenste Schulformen? Was muss dafür passieren in der Gesellschaft? Das ist ja die große Frage, die diese ganze Konferenz hier ausmacht. Wie kommen wir von der Bubble in die Breite? Ich will irgendwie erstmal auch was Positives sagen. Ich finde, ich nehme jetzt mehrfach schon in dieser Konferenz teil. Und was ich jetzt sehe, ist hier ist eben jetzt ein viel gemischteres Publikum. Also als wir hier vor fünf, sechs Jahren saßen, waren es wirklich sozusagen nur die absoluten Vorreiter, die sich hier getroffen haben. Und inzwischen sind hier Akteurinnen aus verschiedensten Institutionen da. Wir haben viele Vertreter von Landesinstituten aus den Ministerien da. Und die sind hier auch da, weil sie dafür zuständig sind. Weil das inzwischen auch in den Organigrammen vorkommt. Und das ist erstmal ganz toll. Also wir haben es geschafft inzwischen, dass dieses Thema auch vom System als relevant wahrgenommen worden ist. Und insofern glaube ich, dass wir eigentlich jetzt schon auf einem wirklich guten Pfad sind. Wir brauchen aber jetzt mehr Schub, um diese Dinge auch wirklich in die Fläche zu bringen und voranzubringen. Und der Schlüssel wird sein, dass solche Pilotprojekte, über die wir jetzt eben hören, wirklich so aufbereitet werden, dass sie dann auch mit relativ geringem Aufwand übertragbar und nutzbar sind für andere Schulen. Sodass wir nicht immer wieder von vorne anfangen, sondern dass wir dann wirklich Systeme haben, die in die Breite kommen. Also das ist ein wesentliches Thema. Und dann auf einer etwas einfacheren Ebene. Es gibt auch schon viele interessante Anwendungen, die jetzt hier nicht vertreten sind. Aber wir haben deutsche Unternehmen, die ich nenne das jetzt einfach mal beim Namen, weil ich schon seit Jahren mich damit befasse, Unternehmen wie Betamax, was irgendwie vor zehn Jahren landesweit in Uruguay unterwegs war und in Deutschland 200 Schulen bedient hat. Es ist wirklich nur ein Beispiel. Und jetzt inzwischen sind wir auch da dabei, dass solche Unternehmen jetzt Landeslizenzen haben. Aber das ist, um noch auf die Frage zu antworten, was muss passieren, damit es in die Breite kommt. Es ist auch eine Frage der Beschaffung. Also solange Schulbücher noch der Standard sind und die eben ausgegeben und ausgeteilt werden, aber es keine richtige Funktionalität und einfache Möglichkeit gibt, auch Lernsoftware einzusetzen, die auch der Markt, genauso wie Schulbücher ja auch von Unternehmen, von Verlagen hergestellt werden. Also solange wir das noch nicht geschafft haben, wird da auch noch eine Hürde sein. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, eben die Beschaffung von gut funktionierenden und erprobten Lernsoftware-Systemen zu ermöglichen. Darf ich da direkt noch mal was zu sagen? Also ich sehe das ganz genauso, dass es Sinn macht, die bestehenden und gut funktionierenden Systeme, die es gibt, in die Breite zu bringen. Und davon gibt es im Grunde genau die zwei, die ihr schon genannt habt, meines Essens nach, nämlich Area 9 und Betamax, die halt Betamax vor allem im Bereich Mathematik im Nachmittagsbereich unterwegs sind. Es gibt allerdings natürlich auch so ein paar Dinge, die die nicht abdecken. Und deswegen würde ich jetzt schon dafür plädieren, dass man weiterhin auch Grundlagenforschung da machen kann oder angewandte Grundlagenforschung, die dann hoffentlich auch in die Entwicklung irgendwann geht. Und zwar ist das eine die Frage, worüber optimiere ich eigentlich? Und das ist meines Wissens nach bis jetzt eigentlich ein eindimensionaler Schwierigkeitsfaktor. Und das ist sowas, was wir bei uns im Projekt auch angehen, dass wir ein bisschen mehr gucken wollen, worin unterscheiden sich eigentlich die Aufgaben je nach Schwierigkeit? Und gibt es nicht eigentlich auch einen guten Weg, wie ich tatsächlich individuell diese unterschiedlichen Faktoren adressieren kann? Das ist die eine Sache. Das andere ist, was es nicht gibt, meines Wissens nach, sind Systeme, die sich eher ein bisschen um diese sogenannten ill-defined domains kümmern, also wie zum Beispiel die Wirtschaftswissenschaften. Also was man hat, sind Disziplinen, die sehr viel nomologisches Wissen haben, also eben wie die Mathematik, wie die Naturwissenschaften. Das ist bei den Wirtschaftswissenschaften definitiv anders. Man hat da einen sehr großen Bereich, in dem diskutiert werden muss, in dem es kein klares Ja-Richtig-und-Falsch gibt. Und das ist zum Beispiel auch ein sehr spannender Bereich. Und das ist ja nicht das einzige Fach, in dem das so ist. Die Wirtschaftswissenschaften sind da noch so ein bisschen ein Zwitterwesen, weil man doch recht viele Modelle und formale Repräsentationen hat, wo man eben genau auf dieses Wissen zurückgreifen kann. Und genau, von daher würde ich auch definitiv sagen, das, was es gibt, nutzen und weiterentwickeln, aber eben auch weitere Forschung, um das Wissen zu vertiefen. Und ganz kurz, ich würde gerne verstehen, wie wird dann euer Wissen, was ihr jetzt erforscht, wie kommt das in die Entwicklung oder wie kommt das an Unternehmen? Naja, also da sind wir jetzt noch ein bisschen in einem frühen Stadion, das muss man sagen. Also das ist schon noch ein Pilotprojekt, was jetzt die ersten drei Jahre läuft. Das heißt, die allergrößte Hürde, die man ganz am Anfang hat, ist ja die Entwicklung der Inhalte. Die müssen halt erst mal da sein und das muss man halt schon sagen, das ist ein sehr großer Arbeitsbatzen, der da auf einen zukommt. Und dann natürlich auch optimalerweise, wenn das über unterschiedliche Bundesländer und über unterschiedliche Stufen in der Schule gehen soll, wird das alles Ganze noch mal deutlich schwieriger. Das heißt, was halt definitiv stimmt, ist, dass es halt irgendwie eine zeitliche Herausforderung ist, dann das konkret auch in die Breite zu bringen. Aber könnte man vielleicht bei Inhaltsgenerierung auch eventuell mit der Wirtschaft zusammenarbeiten? Also wir haben ja jetzt gehört, Nina, ihr erstellt Inhalte. Könnte das ein Modell sein? Also für mich ist es ein wichtiger Punkt, Grundlagenforschung, ja, ist wichtig. Nur für mich ist, sagen wir mal, diese Waage zwischen Grundlagenforschung auf der einen und Anwendungsforschung auf der anderen Seite zu stark in Richtung Grundlagenforschung. Es wird aus meiner Sicht viel Ressourcen, Investitionen in verschiedenste Systeme gesteckt, in verschiedensten Institutionen erwachsen, von denen es wahrscheinlich kein System in die Schule schaffen wird. Und dann ist diese Waage eben zu sehr in Richtung der Grundlagenforschung ausgelenkt. Wir bräuchten aus meiner Sicht mehr Forschung dazu, wie man bestehende Systeme in die Breite bringt, weil das unterstützt die Lehrkräfte. Das können die Lehrkräfte in den nächsten Jahren dann einsetzen. Man muss es vorher beforschen, Erkenntnisse sammeln, bevor man das einfach in die Schulen hineingibt. Und ist die Kooperation mit Wirtschaft eine Möglichkeit dazu? Aus meiner Sicht ja. Die wird in Deutschland aus meiner Sicht eher vernachlässigt oder nicht so stark, wie es in anderen Ländern der Fall ist, weil in Deutschland aus meiner Sicht auch viele Ängste bestehen, wenn man jetzt Firmen mit hinzunimmt, die vielleicht auch berechtigt sind, die man auch berücksichtigen muss. Aber es darf einen nicht davon abhalten, auch mit der Wirtschaft zu kooperieren. Was müssten wir denn als Gesellschaft dafür tun, dass es einfach besser funktioniert, dass wir Wirtschaft mit Schule verbinden können? Was müssten wir denn für Regularien finden? Auch da die Frage, brauchen wir dafür Regularien tatsächlich? Oder Umgangsweisen? Genau, es ist nicht eher, gehen wir aufeinander zu und schauen, was die Vorbehalte eigentlich sind, so wie wir das auch gemacht haben und gemerkt haben, okay, der Vorbehalt ist einfach, kann ich vertrauen? Kann ich eigentlich vertrauen, wenn ich mit der Wirtschaft zusammenarbeite? Da gibt es eben diese Vorbehalte, die ich auch durchaus nachvollziehen kann. Und dann muss ich schauen, okay, wie können wir uns begegnen und wie kann ich Vertrauen schaffen? Und in unserem Fall haben wir das eben gemacht, indem wir gesagt haben, wir machen eine ganz enge Kooperation, in der wir gemeinsam etwas erschaffen und nicht nur der eine für den anderen, sondern eben beide beteiligt sind und auch sagen, ja, so kann es laufen und so können wir das auch veröffentlichen, weil wir haben es geprüft, wir sind der Meinung, das ist das Richtige und das dürfen wir auch so an den Markt geben. Und dann kann ich eben auch als Nutzer darauf vertrauen, dass das gut für mich ist und dass ich das nutzen sollte. Also ich will kein Gegenrede halten, aber doch zumindest einen Gedanken auch zu bedenken geben. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass gut funktionierende Inhalte und auch Aspekte, die die Wirtschaft erfahren hat, die sie auch aufbereiten kann, auch für Schule genutzt werden. Aber ich will auch hier wieder das Thema der Chancengerechtigkeit doch in den Mittelpunkt rücken. Wir haben auch in Deutschland ein durchaus diverses Wirtschaftssystem. Und ich höre von ganz vielen auch regionalen Initiativen, wo sich Unternehmensverbände auch regionaler Art da engagieren und Dinge aufbereiten, die dann auch in den Schulen genutzt werden. Aber es hilft uns halt am Ende auch nicht weiter, wenn irgendwie rund um Stuttgart und rund um die Rhein-Main-Region und in Hamburg durch große Vorreiterunternehmen da irgendwie besonders tolle Kooperationen stattfinden, aber dafür in anderen Flächenbereichen dieses Landes eben solche Inhalte nicht ankommen. Nun ist das Digitale eine Möglichkeit, Dinge leichter zu distribuieren. Ich will es gar nicht negieren, aber trotzdem sind unternehmerische Interessen auch meistens dann auch durchaus lokal orientiert, wenn wir eben auch über die mittelständisch geprägte Wirtschaft in Deutschland sprechen. Insofern ist auch aus meiner Sicht hier so gut es ist, mit der Wirtschaft zu kooperieren. Hier ist der Staat in der Verantwortung, ein chancengerechtes, ein flächendeckend gut funktionierendes Bildungssystem sicherzustellen. Und da kann die Wirtschaft Impulse leisten, da kann auch die Zivilgesellschaft und Stiftungen können was tun, aber am Ende ist der Staat dafür verantwortlich. Das kann ich nachvollziehen, aber möchte ich trotzdem nochmal ansetzen. Ich sage ja, wir kommen aus Hamburg, deswegen war es leichter in Hamburg vielleicht auch zusammenzuarbeiten. Da können wir uns übrigens ja auch treffen mit den Gestaltern. Aber weil wir ein digitales Angebot sind, kann man uns überall schauen. Und wir würden uns das auch total wünschen, weil es geht uns ja nicht darum, das in Hamburg nur zur Verfügung zu stellen für die Lehrkräfte, sondern es geht uns ja eigentlich darum, dass jeder, der es braucht und der es nutzen möchte, auch Zugriff darauf hat und die Chance hat. Also wenn es nach uns ginge, würden wir es am liebsten überall verbreiten und die Möglichkeit geben. Und die gibt es auch heute schon, das ist nur halt leider kompliziert, weil die Zugänge irgendwie nicht so ganz einfach sind und ich muss es erst mal finden, ich muss es erst mal wissen. Aber wenn es nach uns ginge, würden wir sagen, nee, das ist nie nur für Hamburg. Das soll für jeden sein. Das kann von mir aus gerne auf alle Lernmanagementsysteme im Dachraum. Genau, das ist eine gute Frage, die wir aus dem Publikum bekommen haben, die sehr gut anschließt. Die Frage, inwieweit können Sachen, die ihr zum Beispiel gestaltet, an die nationale Bildungsplattform angedockt werden, die jetzt demnächst kommen wird. Was denkst du denn? Das ist überhaupt kein Problem. Also wie gesagt, wir sind ja schon im LMS vorhanden und ich gehe davon aus, dass die nationale Bildungsplattform auch die technischen Möglichkeiten schafft, um eben da eine Verknüpfung zu schaffen oder wie auch immer, technisch wird das umsetzbar sein, überhaupt kein Thema. Und das würden wir uns auch wünschen. Wobei das für mich auch ein schönes Beispiel ist, was vielleicht die Schwierigkeiten am Bildungssystem in Deutschland sind. Denn jetzt soll eine nationale Bildungsplattform kommen. Vorher wurden schon, ich weiß nicht, 16 in den verschiedenen Ländern entwickelt. Und jetzt soll aber eine nationale kommen. Und vorher sind schon ganz viele Ressourcen, finanziell, aber auch personell, in die einzelnen Bildungsplattformen hineingelaufen, weil immer gedacht wird, das System, was man selbst macht, das wird immer das Beste sein. Und das ist für mich ein schönes Beispiel, wie Ressourcen, sagen wir mal, effizienter genutzt werden könnten in Zukunft. Ein gutes Beispiel dafür. Genau, ich gucke einfach nochmal in die Fragen hier vom Publikum. Es kommt auch die Frage, das geht nochmal zurück auf das ganze Thema Kompetenzen, Kompetenzraster, inwieweit eine Anbindung an den DIC-Comp-EDU möglich ist, mit dem ganzen Thema Kompetenzen. Wer will gern aus dem Panel dazu Bezug nehmen? Ich könnte, weil ich das ja auch aufgebracht habe und ich will auch nicht zu viel Negatives sagen, aber auch dieser DIC-Comp-EDU ist wieder ein schönes Beispiel. Da wird ein Rahmen entwickelt, der ist auf so einer hohen Metaebene formuliert worden. Da kann man alles darunter subsummieren. Es gibt also kaum Orientierung. Da steht Lehren und Lernen mit digitalen Medien. Was bedeutet das jetzt für die Physiklehrkraft? Das weiß keiner. Es muss also ausdifferenziert werden für die einzelnen Fächer. Es gibt dazu Initiativen, die aus der Forschungslandschaft entwachsen, aber es sind wieder Initiativen Einzelner und es ist keine systematische Ausdifferenzierung in den Fächern. Jetzt hat die KMK dazu aufgefordert, im Jahr 2022, in 2016 das aber schon gefordert. Da passt für mich das einfach nicht zusammen. Darf ich noch eine Sache zu den Kompetenzen sagen? Jetzt passt es wieder ganz gut, auch im Sinne von, lass es einfach mal loslegen damit. Also wir haben alle, glaube ich, oder sehr viele jedenfalls, kennen ja dieses Darkstuhldreieck, über das diskutiert wird. Das ist jetzt etwas vereinfacht oder noch mal ein bisschen anders. Das Frankfurt-Dreieck wird das jetzt auch diskutiert. Und wenn wir jetzt über KI sprechen, kann man einfach auch KI als Betrachtungsgegenstand in dieses Dreieck setzen und sagen, so, dann lasst uns doch genau schauen, wie funktioniert das, was hat das für gesellschaftliche Auswirkungen und wie nutze ich das? Und dann natürlich auf die Zielgruppen unterschiedlich. Das bedeutet für Schülerinnen und Schüler was anderes als für Lehrkräfte, auch noch mal was anderes als für Schulleitungen beispielsweise oder für Ausbildnerinnen natürlich auch noch mal. Also jeweils auf die Zielgruppe bezogen, aber es gibt ja auch solche Systeme, die man einfach nutzen kann, ehe man jetzt ganz komplizierte Kompetenzrahmen da entwickelt. Und noch ein Gedanke zu den Kompetenzen ist mir wichtig. Gerade wenn wir über die Frage, wie Automatisierung und künstliche Intelligenz die Gesellschaft verändern und welche Kompetenzen es dazu braucht, können wir uns auch auf, wie soll ich sagen, analoge Kompetenzen besinnen an der Stelle, weil da geht es doch an ganz vielen Stellen um Einordnungskompetenz, um die Frage kritisches Denken. Also welche Systeme nutze ich denn als Lehrkraft? Wie bewerte ich das Ergebnis, was die Software rausbringt? Es geht um Kommunikationskompetenz, transparent zu erklären, was da genau passiert, was die gesellschaftlichen Auswirkungen sind. Es geht um Führungskompetenz, dass Schulleitungen ihre Kolleginnen dahinter versammeln. Also das sind, denke ich, auch alles Kompetenzen, die wir ganz klassischerweise da in den Fokus nehmen können, die sich dann ausprägen und die dann dafür sorgen, dass eben solche Systeme sinnvoll eingesetzt werden und die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrkräfte im Sinne dieses Darkstuhldreiecks ganzheitlich kompetent werden. Das ist total spannend und wir hatten ja vorhin auch das ganze Thema Lernendenzentriertheit auch mit angesprochen, um genau diese Kompetenzen zu heben. Wir haben jetzt noch 15 Minuten. Ich muss noch ein Thema anreißen, was eventuell der eine oder andere auch noch auf den Lippen hat. Es wird zeitlich wahrscheinlich, ist es viel zu groß, aber wir müssen es doch mal kurz lancieren. Und zwar auch nochmal dieses ganze Thema, wenn ich das alles wissen will, also wenn ich eben halt sehen will, wie lerne ich, dann braucht dieses System ja Daten und es braucht diese Daten von mir als Person. Wie ist denn das ganze Thema Datenschutz, was ja in Deutschland dadurch auch sehr kritisch, gesund kritisch diskutiert wird, Was erlebt ihr dazu? Wie ist die Akzeptanz zu diesem ganzen Thema adaptives Lernen? Naja, also du guckst mich an. Ich denke, die Akzeptanz geht erstmal ganz losgelöst vom Datenschutz darüber, dass ich die Sinnhaftigkeit dessen erkenne. Also dass ich tatsächlich merke, da wird ein Problem adressiert, was meinen Schulalltag bestimmt. Und ich glaube, das ist das allererste. Und dann ist da immer die Frage, welche Daten müssen tatsächlich personalisiert sein? Welche können pseudonymisiert werden? Welche können tatsächlich nur auf Klassenebene dargestellt werden? Also ich glaube, da ist tatsächlich auch noch so ein bisschen eine offene Frage, wie genau man das dann umsetzt. Vielleicht Datenschutz ist für mich auch ein bisschen ein Argument, ein Totschlagargument, das leider oft benutzt wird, um Dinge zu verhindern. Also man muss sich der Risiken klar werden. Wir müssen den Datenschutz auch sehr hoch halten in Deutschland. Allerdings ist es so, wenn man an einige Schulen geht und fragt, ob wir mal ein System ausprobieren können, dann sagen wir, nein tut mir leid, dass der Datenschutz nicht gewährleistet, ohne sich überhaupt noch mal darüber zu informieren. Das heißt, mit dem Datenschutz wird schon alles abgebügelt. Und das kann aus meiner Sicht nicht sein. Ich glaube, man braucht da mehr Offenheit, aber auch Mut, etwas mal auszuprobieren. Der Datenschutz muss berücksichtigt werden. Man muss sich darüber Gedanken machen. Das ist richtig. Aber man kann es nicht einfach sozusagen dann nehmen als Argument, um alles niedrig zu halten und keine Innovationen zuzulassen. Das ist aus meiner Sicht eben der falsche Weg. Ich glaube, es gibt zwei Ebenen, die man wirklich echt trennen muss, soweit solche Daten innerhalb einer Schule verwendet werden. Da ist es auch nicht anders als bislang so, dass Lehrkräfte ihre Notizen machen über Schülerinnen und Schüler. Und das sind vorhandene Daten. Die sind aber jetzt viel strukturierter und man kann eine Lernstandserhebung viel einfacher machen, wenn wir über die Probleme reden, die jetzt bei den letzten Studien rausgekommen sind. Wie toll ist es denn, wenn ich für meine ganze Klasse diese Basiskompetenzen auch dann erfassen kann und dann weiß, wo ich wie unterstützen kann. Ich glaube, in dem Bereich sollten wir wirklich nicht über Datenschutz reden, sondern sollten natürlich sicherstellen, dass da eine Datensicherheit in dem Sinne da ist, dass diese Daten nicht nach draußen kommen. Das ist nämlich genau die Trennung, die ich meine. Und alles, was dann außerhalb der Schule stattfindet, außerhalb dieser engen Beziehung Lehrkraft-Schülerinnen, da müssen wir über Pseudonymisierung sicherstellen, dass eben da keine persönlichen Daten zehn Jahre später einem nochmal im Bewerbungsgespräch um die Ohren gehauen werden. Da bin ich aber auch zuversichtlich, es gibt ja Initiativen zum Identitätsmanagement, auch von der Kultusministerkonferenz, dass man es schafft, eben da wirklich diese Pseudonymisierung sicherzustellen. Und vielleicht geben wir die Aufgabe auch tatsächlich in die Hand der Lernenden selbst. Auch das hat ja was mit Medien- und Datenkompetenz zu tun, selbst mit den eigenen Daten umgehen zu können. Aber wie sieht es denn in der Realität aktuell aus, Nina? Ich habe vorhin mit dir gesprochen und ich habe schon gehört, allein das Login ist ein Thema. Aber wie ist die Realität aktuell? Ja, da ist eben auch mein Gefühl, dass Datenschutz so das Totschlagargument ist und nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, nein, das dürfen wir nicht. Da sind ja Daten involviert, kann ich auch ein Stück weit verstehen. Aber es ist eben auch aus einer großen Unwissenheit und von großen Vorbehalten geprägt. Tatsächlich ist es aktuell so, dass ich im Lernmanagementsystem als Lehrkraft in Hamburg zumindest einen eigenen Zugang haben kann. Aber dann habe ich im Grunde genommen nur Zugang zu der Plattform. Es findet kein Tracking statt, das heißt, es wird nicht nachvollzogen, wer vielleicht an unserem Beispiel welche Lernvideos schon durchlaufen hat oder welche sinnvoll wären. Also gar nichts in der Art. Dabei hätte das einen so großen Mehrwert für mich als Nutzer eigentlich am Ende. Weil ich ja dann schon wüsste, okay, ich könnte mir auch selber zusammenbauen. Was will ich eigentlich? Ich packe es vielleicht schon in meine Wunschliste. Oder mir wird vorgeschlagen, was nach meinem Wissensstand vielleicht sinnvoll für mich wäre. Wir werden noch andere, ähnliche Dinge vorgeschlagen. Das wäre ja möglich, findet aber nicht statt, eben weil da diese großen Vorbehalte sind. Ja. Noch eine kleine Ergänzung. Ich glaube, wir müssen die Daten, die an den Schulen auch erhoben werden können, auch als Datenschatz, vielleicht auch sehen, der den Schulen verloren geht. Die Schulen wissen gar nicht, wo ihre Schülerinnen und Schüler stehen. Also kein Unternehmen könnte sich das leisten. Und wie will man Schulentwicklung betreiben, wenn man noch nicht mal weiß, wo die Schülerinnen und Schüler stehen. Diese Daten gehen einem verloren, auch der Forschung verloren, weil sie einfach nicht genutzt werden können. Und da ist etwas, da ist auch die Politik gefordert, eben auch Datenschutz in der Schule zu regeln. Dass auch die Schulen dann Sicherheit haben in Kooperation mit Forschungsinstituten. Ich denke, da ist auch noch einiges zu tun. Dankeschön. Das war jetzt super spannend. Ich glaube, ihr habt schon gemerkt, dass es viel pro Kommentare gibt und Argumente, warum das ganze Thema adaptives Lernen Einzug halten sollte in Schule. Angefangen allein von den Potenzialen und Möglichkeiten, die sich uns bergen, bis hin eben halt auch zu diesem ganzen Thema Gerechtigkeit, Chancengleichheit etc. Wir sind leider jetzt schon fast am Ende unseres Panels. Ich würde euch trotzdem gerne noch mal die Gelegenheit geben zu einem Schlusswort. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt adaptive Lernsysteme, wir haben gerade davon gesprochen, weg von den Grundlagen. Es muss viel stärker wirklich in die Anwendung kommen. Was müsste aus eurer jeweiligen Sicht jetzt konkret als erstes direkt passieren? Wenn ihr euch was wünschen dürft, was muss jetzt der nächste Schritt sein, Simone? Naja, ich glaube weiterhin, dass eine der größten Herausforderungen tatsächlich die Gestaltung der Fachinhalte ist. Und ich glaube, da sollte ein Schritt geschehen. Also jetzt rede ich natürlich auch von einem sehr randständigen Fach der Wirtschaftsdidaktik. Also das ist jetzt, was ja viel in Verbundfächern unterrichtet wird und wenig Platz im Schulkanon hat. Aber allgemein ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass geguckt wird, wer erstellt Inhalte und entsprechen die eigentlich dem, was wir vermitteln wollen und den Ansprüchen, die Schule hat. Ich denke, wir brauchen Mut und Offenheit. Mut, Innovationen auch in die Schule zu bringen. Wir brauchen Lehrkräfte, die diesen Technologien offen gegenüberstehen. Schulleitungen, die diesen Technologien offen gegenüberstehen. Bildungspolitische Entscheidungsträger, die diesen Technologien offen gegenüberstehen. Und man sollte vielleicht mehr sich die Potenziale vergegenwärtigen und weniger die Gefahren sehen, ohne aber die Gefahren tatsächlich zu vernachlässigen. Deswegen meine Bitte auch an die Lehrkräfte, Offenheit und Mut. Das würde ich mir wünschen. Danke. Nina? Ich würde mir wünschen, dass wir den Schatz, der da vielleicht schon schlummert, auch ein bisschen heben. Weil ich glaube, dass am Beispiel von uns in Hamburg im Lernmanagementsystem gibt es schon Dinge, die relevant sind für die Fortbildung von Lehrkräften. Und das wird es in jedem anderen Bundesland auch geben. Es erfährt nur niemand davon. Ich würde mir so wünschen, dass wir erstmal eine, vielleicht auch in der nationalen Bildungsplattform, einen Raum dafür schaffen, dass man überhaupt weiß, was gibt es schon alles und wie kann ich das eigentlich auch finden. Also, dass da einfach etwas geschaffen wird, wo ich leichter Zugang einfach auch habe und wirklich auch lernen kann. Und zwar das, was ich lernen möchte und was für mich Sinn ergibt. Und dann nochmal der Aufruf vielleicht an der Stelle. Wir sind sehr gerne bereit, übrigens auch mit jedem, den es interessiert, mit jeder Behörde, jedes Bundeslandes darüber zu sprechen, wie man auch nochmal eigene Videos konzipieren kann. Nicht, dass hier kommen auch manchmal Vorbehalte, oh Gott, das habt ihr ja mit Hamburg gemacht, das wollen wir nicht. Leider, auch das kommt vor. Wir sind da sehr, sehr offen und ich würde mir wünschen, dass wir da für alle gemeinsam was gestalten, was eben auch alle nutzen können und was für alle auch Sinn macht und was den Bedarf deckt. Also, ich komme, glaube ich, zurück auf das, was ich am Anfang schon kurz angesprochen habe. Ich würde mir wünschen, dass wir adaptive Lernsettings, dass wir Digital- und KI-Kompetenzen wirklich als Teil der Lösung für bestehende Herausforderungen begreifen und nutzen. Und dann kommen wir auf die Themen, die uns ohnehin beschäftigen, wie man die Basiskompetenzen in den Grundschulen ausbauen kann. Dann kommen wir vielleicht auch nochmal auf Themen wie Ganztagsschulausbau, der da jetzt nochmal ganz akut ansteht, wo man auch mit außerschulischen Organisationen zusammenarbeiten kann. Also wirklich da anzusetzen, wo die Herausforderungen im System bestehen und sich das dann als not yet another problem, aber Teil der Lösung für die bestehenden Herausforderungen zu nutzen. Weil so kommen wir, glaube ich, am schnellsten da voran. Und das ist nicht irgendwie noch was, was man leisten muss, sondern es hilft einem eben bei den bestehenden Aufgaben. Ja, spannend. Es ist adaptives Lernen sozusagen keine zusätzliche Herausforderung, sondern tatsächlich die Lösung unserer Probleme gegen Lehrkräfte. Ein Teil, ein Teil. Ja, genau. Okay, wir werden es sehen. Ich finde es total spannend. Wir bleiben weiter im Gespräch dazu. Auch wenn heute hier die Zeit um ist, dann haben wir auf alle Fälle die Möglichkeit, das weiter zu verfolgen. Und vor allem schauen wir, wie die Sachen aus der Grundlagenforschung ins Doing kommen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.